ja reicht doch um ihn na ja die ich ja schaust ja ich gehe jetzt noch fünf Kilometer habe ich den Juk um um hallo und herzlich kommt zuletzt gleich mein Schräfte BOS blieb um auf dem Hypexer Server der ist sehr weit die sehr weit die ist immer in wie immer in der Beschreibung ich habe um im Hintergrund hört ihr im Hintergrund hätte ich auch schon einen Minecraft Song ja ich habe jetzt auch eine kleine Playlist mit zusammengestellt da werde ich dann halt auch manchmal ein paar Lieder reinstellen ihr könnt mir auch gerne eine PN schreiben und wenn ihr möchte dass eure Musik bei mir in einem Video ist und dann müsstet ihr mir nur den Namen senden und dann werde ich das halt einfügen ich mache sie ein bisschen lauter damit ihr auch etwas mehr hört ich finde persönlich die Musik richtig fett also darum habe ich mir die ausgesucht und wahrscheinlich werde dir jetzt auch fast jedem Minecraft Video die hören ach was ich noch fragen wollte und zwar ein Abonnent hat mir geschrieben und zwar hat er mich gefragt ob es manchmal so sein könnte also ich habe es jetzt wahrscheinlich noch nie erlebt dass bei jemandem das passiert ist aber bei ihm bestürzt manchmal der PC ab wenn er meine Videos guckt also entweder ist meine Quali einfach zu Bombe oder naja also ich wollte es einfach nur fragen weil ja Postblief ist eine ganz einfache Modifikation genau wie es lief nur dass man hier so mit dem Bogen abbaut also man kann nicht mit der Hand abbauen wie ihr vielleicht schon seht ähm Leute Hunde Huren so nicht Huren so ja ähm jetzt schaue ich noch mal eine Lobby ähm okay das wird echt ein bisschen peinlich wie ich hier gerade verkackt hab ähm Magic Clock dass ich hier keinen Spieler sehe ja ähm ich finde die Musik richtig fetzig was ich auch geil finde ähm ich habe einen kleinen Bug entdeckt also ich weiß nicht ob den manche schon kennen aber ich persönlich kannte ihn bis jetzt noch nicht richtig zum Beispiel ähm wenn ihr jetzt in der Luft alt drückt ups alt alt dann hängt sich das auf ähm also ihr habt wahrscheinlich jetzt den kleinen Frame Einbruch gesehen oder so ähm ihr müsst mal in der Luft einfach alt drücken und dann können euch die Gegner zum Beispiel auch nicht schlagen oder ähm ja weil der Marius der wurde bei meiner Meinung dem Server gebannt weil er das gemacht hat und nicht und halt nicht wusste dass man dann gebannt wird was auch ein bisschen bescheuert ist weil das ich meine das ist ein Game Bug und kein das ist ja auch kein Hack oder so naja egal äh ja ich finde ja kurz kommen ok geht nur noch zwei Minuten das Lied weil danach kommt ein fetziges Lied was kommt denn danach nach dem fetzigen Lied weil danach kommen ganz gute Lieder äh ja ihr könnt mir auch in die Comments schreiben äh oder keine Ahnung also wenn ihr mal wollt dass ich auf eurem Servern komme ähm und dann könnte ich halt auch ich hab mir gedacht ich mach so ne kleine ne das mach ich nicht ne doch nicht weil das ist ein bisschen so push push und pushen persönlich mag ich nicht also ich hab mir erst gedacht dass ich mache dass ich dann halt ein paar Servervorstellungen mache oder so aber ich hab mir gedacht ne mach ich mal lieber nicht weil das ist halt ein bisschen ich find das halt ein bisschen assi so ne für die die da nicht rankommen oder keine Ahnung dann hätte ich nämlich ein bisschen viel zu tun ja äh ich es schleckt ein bisschen bei mir was ich auch nicht verstehen kann was willst denn du wo die am schlauesten ist es fast eigentlich so ein bisschen rum zu flitten oh ja jetzt kommt die mehr Werbung nicht nur kurz naa Werbung nein Alter weißt du das schon wieder so richtig behindert laut Stärke und Lorten ja Loni ich zog jetzt auch was in einer Runde in der wir mit der Lübber Pintball zog ich jetzt mal Runde für euch er ist zog alles mal ein bisschen von einmal ein bisschen ja weil ich habe die Grafik auch nicht so hoch gestellt weil ich hab keinen Bock auf zu kackelexel er kann ich auch mal die Sparbonus sein ich bin Laptop gedacht aber scheiß drauf hier meine FPS und ich hatte besser und jetzt wenn ich mal nicht aufnehmen Alter dann dann geschießt meine meine Fremden zu sehen ein Bruch mal wieder voll nach oben mal Stolz zwei Vortys wie und so stimmt Oh, es gibt keinen Shop. Bin ich auf der Straße. Oh, was ist das denn? Ah, ein Coin. Ah, okay, nicht schlecht. Ah, mit dem kann ich dann wahrscheinlich Sachen kaufen. Wenn ich da jetzt rechts drauf mache. Ja, der trifft mich natürlich. Ach, Dreck, Mann. Boah, hab ich gerade Triple Kill gemacht. Oh, shit. Triple Kill, was ist da los? Mal, fick dich doch. Joke, Alter. Na, lol. Hallo, lol, Mann. Ja, Mann, was bringt der Name so ein, wie dieser Hohensohn, Mann? Ey, das ist Necker, ah, ne, doch nicht. Ja, kommt her. Juhu. Left. Time. Minecraft. Christmas time. Minecraft. Nein, Spaß. Alter. Boah, Junge, geh ich ab. Boah, schreib mich dieser Rubin. Ja, reicht doch, Rubin. Na. Ja. 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 Ich geh auch schauss. Alter, 20 Kills. Ich noch 5 Kills, dann hab ich den Nuke. Lol. Ja. 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 Noch 4 Kills. Was? Mal, komm schon, Mann. Alter, warum lecken die Scheiße, Mann, so? Ey, das... Wow, wurde ich... Alter. Komm, noch 3 Kills, würde ich unbedingt noch erreichen. 2 Kills noch. 1. 1, da geht noch. 1, da geht noch rein. Was los, hä? Alter, muss ich das anlocken, oder wie denn, oder? Rambo. Ich bin Rambo, was los? Ich bin Rambo. Woo, Rambo time. Lo, was bringt ein Rambo? Rambo on. Yeah. Rambo. Alter, wie schnell der schießt, Alter. Start los. Yeah, Rambo. Rambo time. Rambo on. Nein, ich bin voll gestorben. Was ist denn das jetzt? Yeah, Mann, was los? Woo! Green take my phone. Scheiße. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's dann auch schon. Mit dem kleinen Let's Play, weil ich müsste es mit Rubin skypen. Ja, das war auch ein Mini-LP. Bin gleich wieder da. Oder was ist gleich? Wird dann mich verabschließen. Und Tschüssi, haust du rein, haust du rauf, heust du rein. Woo! Wooohooo!